So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ja, wir müssen erstmal nochmal was herstellen. Ist ja klar, ne wisst ihr ja Bescheid. Immer derselbe Scheiß. Zack. Und grüne Blätter brauchen wir allemal noch mehr. Da muss ich noch ein paar aufsuchen. Aber hier gibt's gar keine. Schade. Ich muss auf jeden Fall, bevor wir jetzt die nächste Mission angehen, ein paar Sachen einsammeln. So. Ihr wisst schon Bescheid, was ich meine, oder? Ihr wisstet. Hä, wieso hat mir das jetzt Leben abgezogen? Komisch. Naja, das ist nicht gut, mit einem Leben da gerade mal in den Kampf zu treten. Aber die wollen's anscheinend nicht anders. Und ich hab jetzt auch keine... Ja, das war sehr toll gelöst. One-to-one. Vollidiot bist du. Naja, ich... Kann nur noch das heilen. Erreiche... Nein. Scheiße. Die wären tot. Was ist denn mit der? Komm. Können wir gar nichts machen. Das ist scheiße. Wunderfell. Haben wir auch immer gut gebrauchen. Komm, nehmen wir mal mit hier alles. Alles, was es gibt, nehmen wir mit, ganz klar. Soll ich mich jetzt da durchspallern, oder wie sieht's aus? Okay. Gerne. Ich geh hinten hin. Und warte, bis die angelaufen kommen. Oder? Oder wie machen wir's am besten? Ja. Ich könnte da hoch auf das Häuschen... Ich bin nicht verstanden, Albrun. Ach so. Okay. Ist in Ordnung, Leute. Ich warte, bis ihr herkommt. Ich warte, bis ihr herkommt. Ich hab doch noch ein Snipergewehr. Haha. Lade erstmal kurz nach. Das ist doch nice. Scheiße. Down. Haha. Der wär tot. Alter, wie treffen die mich? Hurensöhne. Ich geh mal hier so ein bisschen. Der wär auch tot. Was heißt dir danke? Danke. Du hast mein Leben gerettet. Nein, hab ich nicht. Pass lieber auf, ey. Ich kann hier auch nicht so viel verteidigen, wisst ihr? Naja, ich hab sie gerettet. Okay, sie ist weg. Ist schon mal nice. Aber bringt uns trotzdem noch nix. Ich wechsle mal wieder auf die AK um, so. Komm, wir plündern erstmal noch die Leute, sag ich mal, oder? So ne gute Idee. Alter, was ist das für ne Musik? Ist hier Disco, oder wat? Ach, du Scheiße. Wie viel wir hier abgeiern können, ey. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Geh mal hier hin. Vielleicht gibt's hier noch wat. Ne, hier ist keine Kiste. Ich dachte... Ey, komm. Kletter hoch. Ich bin hier wahrscheinlich nicht, äh, willkommen. Aber das wissen wir ja bereits. Finde und Töte war's. Es geht ab. Oh, es brennt. Fuck. Da, fuck. Komm, wir machen den frei. Komm. Wie können wir den frei machen? Komm. Ich würd den gern frei machen. Ach, du Scheiße. Wie tue ich denn frei lassen? Ne, draufballern. Hier ist anscheinend kein Schloss. Schade. Naja, egal. Komm, geh mal hoch. Du Scheiße. Ja, ganz... Ganz locker, Leute. Fuck. Das war's schon wieder. Wenn ich so weitermache. Fuck, und da frennt's. Komm, Heilung. So, anschleichen. Boah, meine Fresse. Alter, ist das laut. Ach, du Scheiße. Komm, machen wir mal ein bisschen leiser hier, so. Ah, jetzt hab ich's nicht verstellt. So, ja. Bisschen leiser. So. Gut, jetzt aber ja. Komm, da geht's rein. Hier ist doch geil. Geh mir mal das Geld. Geld braucht man immer. Danke. Noch ein bisschen, so. Gibt's hier ein MG oder so? Schade. Leider nicht. Ja, kommt, kommt her, Leute. Wollt doch mit mir spielen, dann könnt ihr gerne haben. Könnt ihr gerne haben. Aha. Ja. So. Okay. So, der wär auch down. Kommen aber noch ein paar. Komm rein. So. Tod. Ja, du kommst auch noch ins Feuer, oder? Kommst du mit rein? Oder nicht? Kommst du hier vorne, oder? Hier ist doch einer. Da ist er doch. Servus. Verpiss dich. Nicht, dass er mich noch mit anzündet. Das wäre nicht so gut. So, wie soll ich jetzt am besten vorgehen? Mir brennt alles nieder. Ich glaub, hier oben hab ich am besten Deckung. So. Gut, okay. Sauber. Sauber, Leute. Weißt du, warte. Ich pack jetzt meine Sniper aus. So sieht's aus. Den abwisch ich sowieso nicht. Fuck. Komm jetzt. Down. Komm. Und du willst doch auch noch gerne eine reinbekommen von mir. Komm. Komm. Okay, down. Jetzt geht's weiter, Leute. Geld. Ach du Scheiße. Okay, zum Glück eine Rüstung. Ne, ist doch keine Rüstung. Hab ich gedacht. Ich hab immer wieder scheiße gedacht. Wisst ihr ja. Granaten. Okay, haben wir genug. Ja, Munition. Das kann ich sehr gut gebrauchen, Leute. So. Wer will noch auf die Schnauze? Ach so Scheiße. Jetzt kommen die... Ah, ich geh wieder rein. So. Von da aus baller ich jetzt einfach alles nieder. Oh, ein Sniper, da würde er sich doch sicher freuen. Boah, der frisst ganz schön viel, sag ich mal. Boah. Der darf mir nicht zu nahe kommen. Ah, aber er ist gleich tot. Schätze ich mal. Ha, Headshot. Nur Headshots zählen hier. Tot. Ah, hier kommt auch noch einer. Ne, da war doch gerade einer. Ja, komm doch aus deiner Deckung raus, du feiges Schwein. Meine Güte, Alter. Headshot. Sauber. Einfach nur sauber, Leute. Ich lass mal den Tiger frei. Beziehungsweise gehe ans MG. Ne, ich hab schon alles aufgeräumt anscheinend. Komm, ich lass den da drin. Scheint sowieso keiner mehr zu kommen. Denk ich mal. Aber ich hätte es vorher gebraucht. Naja, ich hab immer wieder... Ich hab's nach meiner Art gemacht. Da wäre zwar ein MG gewesen, aber egal. Was? Wo bist du? Überraschung, Fickpisser. Oh, das fand ich so toll. Überraschung, Fickpisser. Na, super. War ja echt spitze. Naja, was soll's. Hä, was soll ich jetzt hier machen? Einfach laufen, oder wie? Ja, ich lauf einfach mal. Hi. Was für ein Mann bist du? Der verwandelt sich. Wo geht's hier weiter? Ich lauf einfach mal. Ich bin der Angelfunkt. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Allein Mann. Da ist er. War's, du kleines Schwein. Jetzt komm, ich will dich killen. Ich drücke ab. Zack. Down. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen aufräumen. Warum sterbst du nicht? Er will nicht sterben. Wir haben unendlich Munition, aber... One's on. Nimm mich in deine Hände! Nimm mich in deine Hände! Scheiße, ich brenne. Ich trage mich an der Scheißkreu und lass dich wieder auferstehen! Komm. Take down, mein Freund! Wir brennen, haben zwar gebrennt gerade, aber... Du bist tot, mein Freund. Komm. Scheiße. Komm, jetzt hau ihm rein, ja. Gut ist, Leute. Gut ist. Der wär tot. Endlich ist Ruhe. Eingekehrt. Eingekehrt. Cetra. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Erfolg. Rache. Wir haben ihn doch gefunden und getötet. Ja, ich wollt grad sagen. Hast du das Rätsel schon geraten? Wandte sich der Hutmacher wieder an Alice. Nein, ich gebe alles auf, entgegnete Alice. Wie lautet die Antwort? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, sagte der Hutmacher. Okay. Okay. Gata. G-G-G. Ba-ba-ba. Da-da-da-da. Ha. Okay. Jason. Wat is los? Du kämpfst gut, Krieger. Steh auf. Genieße deinen Sieg. Wir sind der King. Und kein anderer. Wir sind so fertig, Jason. Was ist tot? Ja, das ist er. Endlich. Was ist das? Er verließ mich. Den Stamm, sein Geburtsrecht. Hoyt Woker lockte ihn fort mit Geld. Drogen. Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder. Hoyt wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat. Ich bringe dir seinen Kopf. Was ist mit deinen Freunden? Die werden ein Boot nehmen. Ich bleibe bei dir. Das freut mich zu hören. Wie wirst du heute töten? Ich habe einen Spion namens Willis getroffen, der mich auf Hoyt's Insel bringen kann. Clever. Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist. Werden sie das. Kommt zurück zu mir. Zu meinem Volk. Bald. Auf jeden Fall. Okay, Leute. Verlasse Sidras Tempel. Komm, das machen wir noch kurz, bevor wir den Part beenden. Dann haben wir es nämlich geschafft. Boah, hier ist alles so schön mit Feuer beleuchtet, sag ich mal. Das Feuer beleuchtet es sehr gut hier. Diesen Steinweg. Fähigkeitspunkt. Was? Ich habe mich gerade angezündet anscheinend. Okay, komm raus. Einfach raus. Tschüss, Leute. Ich habe es geschafft. Ich bin der Krieger. Im Paradies. Immer weiter. Komm, komm, komm. Gas geben, Gas geben. Ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Ups, das war nicht so gut. Egal. Ciao. Adios, amigo. Und da ist Dennis, unser Freund. Der ist ein bisschen betrunken. Hast du viel zu tun für Sidra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowestadt gearbeitet. Lol. Schüttet er das auf den Boden? Ein Gerd, ey. Der sollte lieber mal ein bisschen pennen gehen, damit er wieder nüchtern wird. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern. Wie weniger drauf hatten. Mir. Der Aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wie ich bin. Sieh mich jetzt an. Sidra. Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir. Viel Glück bei deinem Schicksal. Ja, ja. Ist gut. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.